Hallo und Willkommen zu einem Video mit Bechtas Guten Tag Heute spielen wir Lego Indiana Jones Ich habe mir mein eigenes Level kreiert wo wir alle Münzen nehmen müssen und ja Leute, ich bin Indiana Jones der springt und Bechtas ist dieser komische andere Mann und ja Leute, hier sind 2.000er Münzen und hier sind auch ganz viele Böse und ja, wir müssen jetzt einen Knopf finden wo könnte er wohl nur sein? Ich geh in den tiefen Wald hinein Ich glaube ich hab's Ah, ich geh Tschüss auf Oh, ich krieg das schon hin So und dich... Oh Fiesling Egal Dich halte ich als Haustier Schöner schon mal das, wo man getötet wurde Bam Oh Leute, wir haben schon 2.000 Münzen geklappt Ja Leute, jetzt müssen wir hier hin hier sind 2 10 Daunerminzen aber Oh, wie kommen wir da ran? Keine Ahnung, vorher da schon ein Feuerwehr Nee, die ist leider nicht da Nee, nervös Du musst aber schon viel schießen Wo denn? Da irgendwo Oh Oh Ich weiß nicht, ob die Tür öffnet Es kann sein, dass die auch was anderes macht Das ist schießen Ich weiß nicht, ob die Tür öffnet Vielleicht, vielleicht aber auch nicht Da haben wir wohl genug Oh, ich will Ich will Ja Oh Als nächstes haben wir hier eine Oh, eine Platte, wo wir ein Auto brauchen Da müssen wir wohl ein bisschen wandern Aber nur wandern, nicht rein Da 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 Äh, da sind ein paar böse Darf ich die abwarten? Da Okay Oh Leute, ich glaub wir haben schon unser Outro jetzt Ja, dann komm mal Leute, falls ihr übrigens mehr Content davon haben wollt, lassen länger, oder? Ja Oh Ich nehm eine Du kannst die andere Tadaaa Oh die soll kommen Oh die soll kommen Darf ich, darf ich, darf ich Warte Ich hab gehört, die soll eine Schatzkiste mit dem Knopf geöffnet werden Darf ich So Hier haben wir noch einen Knopf Ich hab gehört Das ist ein Knopf, der einen Schatz eröffnet Ich will Ich will Oh Ein Schatz Hey, ich will jetzt Ich bin jetzt Oh Mann Oh Leute, wir haben es geschafft Oh Wir haben das Level abgeschlossen So, was hat euch gefallen? Lass dann ein Abo da Leute, hier seht ihr noch die ganze Technik Die ich gebraucht habe Also das hab ich alles selbst gebaut Oh Oh Und ja, ich muss die ganze Technik und alles erstmal rausfinden, wie das funktioniert Egal Leute, falls ihr noch ein Part sehen wollt, wo ich nochmal sowas baue Und wo wieder nochmal Geld klauen muss Das ist ein Abo da Das ist ein Abo da Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dann und ciao Ciao